Ja moll und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und zwar möchte ich euch in diesem Video mal wieder den täglichen Gegenstandshop zeigen und mal zeigen, was wir heute vielleicht so Neues bekommen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein neues Bundle bekommen, also ein neues Set oder so. Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, denn wir haben noch einige geleakte Sachen, die noch nicht im Spiel erschienen sind. Aber Leute, bevor wir dazu kommen, habe ich nochmal eine kurze Frage. Viele von euch möchten gerne immer meine Meinung wissen zu den verschiedenen Skins, deswegen mache ich auch diese Gegenstandshop-Videos. Aber viele schreiben auch mal in die Kommentare, rede weniger und sonst was. Leute, sagt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Soll ich weniger reden und einfach nur kurz den Shop zeigen? Aber das macht ja dann wenig Sinn, wenn ihr meine Videos anklickt. Ich denke einfach mal, dass ihr meine eigene Meinung wissen möchtet und deswegen sage ich auch meine eigene Meinung zu den Skins. Schreibt mir gerne trotzdem mal das in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ansonsten lasst doch mal gerne ein Abo da. Natürlich auch die Glocke aktivieren, um die Suche rufen, nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Wenn ihr dann noch ein Like da lasst und mir auf Instagram folgt, dann macht ihr auch schon direkt beim Gewinnspiel mit. Ansonsten Leute, mehr als 60% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten und kriegen meine Videos immer vorgeschlagen. Checkt sie einfach mal aus. Abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Dann nochmal eine ganz, ganz kurze Sache. Tragt mich doch mal gerne als Creator ein. M-E-T-E-8 heißt ich dort. Ist komplett kostenlos. Muss alle 14 Tage mal neu eingefügt werden, sozusagen, oder geschrieben werden. Denn das löscht Epic Games immer. Aber jetzt würde ich mal sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Viel Spaß! Okay Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir haben neue Sachen bekommen und wir haben einen neuen Skin bekommen. Und dieser Skin wurde noch nicht geleakt, denn dieser Skin befand sich in den Ordnern, die Epic Games sozusagen versteckt hat, die man nicht leaken kann. Richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wir fangen mal direkt an mit einem ungewöhnlichen Erntewerkzeug, und zwar Eisbrecher. Bei 500 V-Bucks gibt es hier einen Teil des Arktiseinsatz-Sets. Ja, diesen Eisbrecher finde ich jetzt persönlich nicht so cool. Der bietet nicht so viel, dementsprechend ist aber auch nicht so teuer, muss man sagen. Sollte man nicht auf dünnem Eis benutzen, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr das heute für 500 V-Bucks im Shop gönnen. Aber ansonsten würde ich einfach mal sagen, haben wir genug Sachen noch, die ihr auf jeden Fall kaufen könnt. Dann haben wir ein ungewöhnliches Outfit, und zwar den Verwüster für 800 V-Bucks. Ja, dieser Skin war bis jetzt neunmal im Shop noch nicht allzu oft und kam als erstes letztes Jahr. Am 25. Dezember 2017 erschien dieser Skin und war bislang nur neunmal im Shop. Richtig, richtig cool. Beherrsche das Auge des Sturms, Teil des Sturmfusions-Sets. Ja, dieses Set haben wir zwar schon öfter gesehen, aber diesen Skin noch nicht. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr den heute kaufen für 800 V-Bucks. Wenn ihr aber noch V-Bucks braucht, dann gerne unten in der Videobeschreibung habe ich euch PSN-Karten und Xbox-Karten verlinkt. Da könnt ihr sogar noch bis zu 5 Euro sparen, also gönnt euch die und unterstützt mich nochmal kostenlos dazu. Dann haben wir nochmal ein Emote, ein seltenes Emote, und zwar schwer beschäftigter. Ja, der Typ ist hier auf jeden Fall busy. 500 V-Bucks für dieses Emote. Ist ganz witzig, kann man sich geben, aber nicht allzu spektakulär. Also wenn ihr etwas sehr, sehr Cooles erwartet, dann definitiv nicht mit dem schwer beschäftigter Emote. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Emote, das man sich auf jeden Fall kaufen kann. Nur noch ein Moment ist die Beschreibung. Wenn ihr Bock drauf habt, dann gönnt euch das. Ansonsten schauen wir einfach mal direkt weiter. Dann nochmal ein Tanz, den müssen wir auch noch haben. Heute im Shop, Twist, ein seltenes Emote. Das geht auf die Hüften, ist die Beschreibung. Da hat er auf jeden Fall recht, denn hier werden ordentlich die Hüften bewegt. Für 500 V-Bucks könnt ihr das Teil heute kaufen oder sogar vielleicht euren Freunden schenken. Ich habe ja noch die vier Tokens, das gehört ja noch zum Gewinnspiel. Deswegen benutze ich sie nicht, aber die werde ich auf jeden Fall in Kürze auch noch ausnutzen. Aber hier, wenn ihr Bock drauf habt, Twist heute für 500 V-Bucks im Shop. Dann haben wir selbstverständlich nochmal die Battle Pass Stufen im Shop. Ihr wisst ja, eine Woche noch bis zur neuen Season. Also wenn ihr Bock drauf habt, für 600 V-Bucks, und das ist ein wirkliches Angebot, für 600 V-Bucks 10 Battle Pass Stufen und 500 Saison-EP. 500 EP ist zwar nicht allzu viel, aber das ist nochmal ein schönes Extra, denn die letzten Seasons oder in der Vergangenheit war es meistens nur 10 Battle Pass Stufen und das ist ja auf jeden Fall schon eine richtig geile Steigerung. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann heute im Shop für 600 V-Bucks. Passend zu den ganzen anderen Sachen haben wir nochmal ein Skin bekommen, ein episches Outfit, und zwar den Shade Skin mit dem Ballestick Rücken Accessoire. Auch wenn ich die Frisur nicht so geil finde, finde ich den Skin an sich schon ganz cool und den Rucksack finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stylisch. 1.500 V-Bucks für dieses Cobra-Crew-Set-Teil, kriegt ihr auf jeden Fall hin. Richtig, richtig cool, kann man sich definitiv kaufen. Dann kommen wir auch schon zu den absoluten neuen Sachen heute im Shop, die auch noch nicht geleakt wurden und die wirklich jetzt komplett neu sind. Ich finde es irgendwie cooler, wenn man die ganzen Sachen noch nicht geleakt hat und sie zum ersten Mal hier im Shop sieht, denn dann ist die Aufregung nochmal ganz anders. Also Flatterkäfer ist für 800 V-Bucks heute im Shop ein seltener Hängegleiter, das Schwirre in die Schlacht, Teil des Motten-Kommando-Sets. Und das Motten-Kommando ist komplett neu und da erwarten uns noch einige Sachen. 800 V-Bucks für diesen seltenen Hängegleiter, passend dazu nochmal die Lampe, ein Ernstewerkzeug für 500 V-Bucks, das Leuchten ist unwiderstehlich, Teil des Motten-Kommando-Sets. Und das Ding hatten wir zwar schon geleakt, deswegen ist es jetzt nicht allzu spannend, aber diesen Flatterkäfer, der hat mich absolut umgehauen. Der ist richtig, richtig cool und gefällt mir sehr gut. Aber passend dazu haben wir natürlich nochmal Skins bekommen. Oder besser gesagt, einen Skin. Den Mod-Mando haben wir heute nochmal im Shop bekommen. Der sieht zwar cool aus, aber ich persönlich würde ihn mir vielleicht nicht holen. Der sieht irgendwie ein bisschen creepy aus, ein bisschen gruselig und echt ekelhaft, muss ich sagen. Mit den Augen so eine Fliege, richtig ekelhaft. Er kam aus den Schatten und flog ins Licht, Teil des Motten-Kommando-Sets. Ja, Leute, vielleicht Epic Games, einer mal die Rechtschreibung nochmal kontrollieren. Er kam aus den Schatten, vielleicht dem Schatten, weil das ist ja der Schatten, aber jetzt ist keine deutsche Klasse hier. Nochmal Flügel, Rücken dazu, auch richtig, richtig cool. Sieht richtig nice aus, gefällt mir sehr gut. Und für 1500 V-Bucks ein richtig geiler Skin, finde ich. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr euch diesen Skin kaufen wollt, dann macht es. Tragt mich doch mal gerne als Creator noch vorher ein, um mich nochmal zu unterstützen kostenlos. Und wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann unten in der Videobeschreibung habe ich euch auch welche verlinkt. Das war's von diesem Video, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal gerne eine Posi-Wertung da. Abonniert natürlich nicht vergessen, um weiterzupassen und natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal die Abo-Box spielen sollte. Dann sage ich aber ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.